Was war das nur für eine Idee, die sich weiß zu machen? Hat es doch alles nur schlimmer gemacht. Er hat gedacht, er kann sie alle besiegen. Aber er hat ihnen wenigstens die Stirn geboten. Er hat sie wenigstens einmal ausgelacht, als er nichts mehr zu lachen hatte. Ich glaube nicht, dass sich das jeder damals getraut hätte in der Zeit. Und das war schon ein großes Stück, was er da geleistet hat in meinen Augen. Er hat nie aufgegeben, er hat sich nicht unterkriegen lassen. Er ist vorangegangen und war ein... Wie heißt das? So ein Hero. Was kennen Sie hier? Das Kind ist der schwächste Punkt. Das Kind ist der schwächste Punkt. Das Kind ist der schwächste Punkt. Der schwächste Punkt. Sie ist der schwächste Punkt. Das Kind ist der schwächste Punkt.